Alter, wie viele Zombies da unten drin sind! Warte, Early Boy! Ich stand grad unter Beschuss. Oh Gott, ich steh mal unter Beschuss! Von der anderen Seite! Von der anderen Seite! Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Runde Captive Minecraft mit Early Boy! Oh, hallo! Und da, Luca! Du bist übrigens sogar Captive Minecraft 2! So, was machen wir jetzt, Feines? Du bist immer noch unten eingesperrt. Ich bin hier unten immer noch unterwegs, ja. Ich such gerade den Aufweg. Die sichere Kiste, wo ist die? Weil, wenn du nach oben gehst, müsstest du sie eigentlich sehen. Die hier? Oder, okay, das ist sie. Kannst du noch was zu essen bringen? Wir haben nichts zu essen. Ah, das ist gut. Die Schüsseln bräuchte ich, dann könnte ich neues Essen machen. Wir haben noch Holz oben. Ja, wir haben ja genug Schüsseln und wir haben nicht genug Holz. Ja, du kannst noch neue Schüsseln machen und die dann mitbringen. Ich versuche jetzt hier unten auszuleuten. Hier geht es jetzt gerade eigentlich. Hallo, komm runter, dann kannst du es hier mit ansehen, was abgeht. Ich hätte gerne Gier. Ich gehe jetzt rein. Ich werde jetzt alle abmetzeln. Ich brauche deine Rückenlänge. Du musst mir sagen, wenn von hinten was kommt. Ja, ich bin noch nicht unten. Ich bin gerade auf dem Weg. Es dauert. Oh, ich habe gerade da hinten geguckt. Und in dem Moment steht ein Skelett hinter mir. Was mir angreifen wollte. Alter. Das wäre so schiefgegangen, wie das angegriffen. Scheiße, weg war die Fackel. So, hier ist perfekt. Dann kann ich gleich nochmal so abändern, dass das so geht. Und dann kann ich da gleich runter gehen. Dalu, ich brauche deine Deckung hier. Ich bin auf dem Weg. Dann gib mir den Bogen. Tim, du kannst mir den Bogen eine Rückendeckung geben. Ich muss jetzt gleich unten sein. Kommt der Dropper. Nein, sie kommt hoch, sie kommt durch, Dalu, sie kommt durch. Oh Gott. Ich bin da. Nein, Baby Zombie, Baby Zombie, Baby Zombie, Baby Zombie. Oh. Oh. Essen. Essen. Oh, Dalu. Komm, geh nochmal hoch. Da liegt es. Oh Gott, ich muss Essen mitnehmen. Nimm Essen mit oder komm hoch. Dass wir ganz kurz in Deckung sind hier. Oh. Ha. Kommt der von hinten eiskalt. Pass auf, Dalu. Ich gebe dir jetzt mal ein bisschen Sachen. Gotten Flash. Essen. Hier ein paar Dingens. Ich gebe dir das, 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 das. Und die Pickaxe gebe ich dir auch. Warum? Weil ich vielleicht sterben werde da unten. Tu es nicht. Komm her. Ich brauche drücken. Ich pack ein paar Sachen in die Kiste. Muss ja nicht alles direkt verloren gehen. Ja, du sollst ja nicht mit runter. Ja. Trotzdem. Oh Gott. Die ballern sich gegenseitig ab. Dalu, du musst dich da hinten um die Zombies kümmern, wenn die kommen. So, ich gehe da drin. Und ich habe keine Pickaxe dabei. Mach hinter mir zu. Ich kann, ich kann nicht hinter dir zumachen. Warte, ich habe zugemacht. Ich habe keine Pick, ich habe die Pickaxe in die Kiste getan. Oh, du Idiot. Egal. Soll ich sie eben holen erst? Nein, 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 nein. Ich gehe jetzt rein. Okay, hier ist noch alles gut. Hier noch. Hier reicht es. Ich schubs ein paar Zombies immer wieder runter. Nein, nein, nein. Ich bin mitten in der Menge, mitten in der Menge, mitten in der Menge. Oh Gott, Dalu. Dalu. Oh Gott, Dalu. Dalu. Ich habe ein Skelett. Okay, hier habe ich jetzt etwas halbwegs sicheren Platz. Halbwegs sichere Stellung. Nächstes Skelett. Okay, hier bin ich sicher. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So mies. Wir sollen ins Wasser gehen. Geschafft. Dalu, hast du noch Blöcke? Nein. Fuck. Ich brauche nicht welche. Oh Gott, was fordern? Ich schieße die ganze Zeit Skelette, aber mich kann nur noch drei Skelette töten. Skelette brauchst du, die angreifen. Hier sind nochmal Pfeile. Da, hinter dir. Oh Gott. Ich muss hier irgendwie so hin, dass ich hier... Oh Gott, was geht denn hier ab? Ich höre nur so viel gelaufen. Da ist ein Spawner. Die kommen hier immer wieder neu raus. Hier ist der Spawner. Wo? Hier spawnen sie immer. Da ist kein... Ich sehe keinen Zombie-Spawner, aber die kommen da immer raus. Moment, Moment, Moment. Ich muss hier... Oh, ganz kurz im Zombie-Spawner. Wo, 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 wo? Stimmt, ich seh's auch. Warte, ich guck mal von hier aus. Aber hier ist kein Spawner. Ja, da ist wirklich kein Spawner. Ja doch, da ist ein Spawner. Oh, sie sind fast alle unten drin. Geh dort rein! Geh da rein! Da sind wir sicher! Ich versuch's aufzubauen. Dass die da zwangsweise immer drin sind. Die müssen da reingespielt werden. Ich brauch Blöcke. Dringend. Ich geh mal hoch wieder. Alter, wie viele Zombies da unten drin sind! Warte, early boy! Ich stand grad unter dem Schuss. Oh Gott, ich steh mal unter dem Schuss. Von der anderen Seite! Von der anderen Seite! Hö! Oh! Hallo, deine Sache muss ich nicht weg! Ja, schon lange. Da kommen wir nicht mehr ran. Hallo, ich muss hier raus. Ich brauch deine Hilfe. Ich wollte dir jetzt Blöcke geben. Ich hab'n Block, ich hab'n Block! Ich sterbe. Wahrscheinlich. Ne, das überlebe ich noch. Wenn keine weiteren Zombies mehr kommen, dann überlebe ich das. Oh! 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 Alter! Ich lade, ich lebe! Ich lebe! Ich brauche Blöcke! Ich hol mir grad die Pick-Ex. Hast du noch Essen? Ne, nicht das Holz. Das Holz brauchen wir noch. Hast du noch Blöcke? Nein, hab' ich keine Blöcke. Nein, nein. Essen? Meine? Nein. Nicht kurz zu. Alter, ich hab'n 30 Rottenfleisch, ne? Nimm es. Puh! Alter! Du bist doch krank! Ich lebe noch! Ich lebe noch! Alles gut! Alter, du bist so krank, ne? Wer hat denn hier die Brücke gebaut? Die ist schön, ja? Warum mache ich das so umständlich? Warum gehe ich nicht ganz noch? Warum baue ich da kurz frei? Guck, dann kann ich hier oben hingehen. Und baue jetzt hier einfach die Blöcke ab. Aber ich brauche noch ganz viele Blöcke, dann kann ich da unten so halbwegs bauen, dass es passt. Dass wir da halbwegs sicher, beziehungsweise die Zombies, dass die automatisch, wenn die spawnen, dann wo sie da spawnen, bei dem Spawner, ähm, dann ins Wasser getrieben werden und dann da unten im Loch landen. Weil das sind nämlich noch zwei Blöcke, die ich frei bauen muss und dann, äh, fließen die ja automatisch da rein. Ja, das reicht hoffentlich. Wieder rein da mit der Pack-Ex. Ich schubs. Die Versuchung ist zu groß, ne? Nein. Nochmal. Okay, ich geh jetzt runter. Hallo, ich geh wieder runter. Viel Erfolg. Werd ich hoffentlich haben. Geletter Unis! Kannst du dich um die kümmern? Lass sie nicht runterkriegen, warte, ich guck mal. Die da hinten, außerhalb der Map? Ne, die sind mir eine, egal. Geh wieder rein, Dalo. Mein Schwerd geht im Arsch. Die Zombies helfen den Skeletten jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo kommt der denn der von hinten? Ich hab keine Pfeile mehr, aber zwei Splitter sind down. Oh, wo kommt der denn schon wieder her? In das viele. Okay, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh. Oh, fast tot, ey. Dalo, was machen wir jetzt? Sieht nicht gut aus, Mann. Es werden immer mehr. Ja, es werden ja sowieso immer mehr. Es bauen ja immer drei. Warte, die sind auf dich fokussiert. Lenk sie weg. Wie denn? Einfach, einfach da hinten stehen bleiben, wenn du kannst. Aber pass immer hinter dir auf. Leute, ich spawn selbst hier. Hey! Oh, 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 nee. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, das war knapp. Bisschen Deckung? Ja. Ich bin tot. Das kommt über dir. Ich lenke es ab. Oh, da muss ich hin. Hallo, was machen wir jetzt? Hm, das ist eigentlich eine gute Frage, Mr. Earlyboy. Wir sind so im Arsch, ey. Ich kann gleichzeitig essen und abbauen, sehe ich gerade. Ja. Du bleibst da hinten. Das ist Karino. Ich muss mehr ausleuchten. Warte, was habe ich denn? Ich habe Rüstung. Wo bist du? Ich war gerade oben, um mich ein bisschen zu high. Fuck. Kannst du zu mir aufbauen? Ich habe keine Steine. Aufbauen, nicht zubauen. Ich habe noch nichts gebaut, du Nase. Du musst aufbauen, Dalu. Ich... Ich hau mit der Faust, ja. Genau das meine ich ja. Ja, Gott. Ich bin... Geh weg. Ich habe ein Skill ins Wasser geschubst. Ich bin noch dabei. Los, Early, mach es auf. Das hätte ich nicht machen dürfen. Jetzt muss ich es nämlich wieder aufmachen. Bist du denn? Ich habe nur noch ein Herz. Ich gebe jetzt mal eine Rüstung. Geht er nämlich jetzt runter. Geht er jetzt runter. Und leuchte aus. Da ist definitiv ein Spawner. Auch ein echter Spawner? Fuck! Ich konnte kein weiteres Ding jetzt mehr setzen. Oh, Dalu, ich bin wieder unten. Da war definitiv ein Spawner. Den habe ich gesehen. Okay. Dalu, ich bin oben. Komm wieder hoch. Okay. Machen wir jetzt. Eine sehr wichtige Frage. Was wäre erfolgsmäßig das nächste? Diamant. Aber da sind wir ja noch lange nicht auf der Höhe. Ja, das ist ja das Problem. Travel by Minecraft at least one kilometer from where you started. Soll wohl angeblich funktionieren jetzt. Wir müssen Diamanten abbauen. Das ist alles was wir machen können. Ja. Und dafür sind wir noch 16 Stoppwerke, 26 Stoppwerke zu hoch. Warte, haben wir nicht ein Ei? Haben wir ein Ei Dalu? Ich glaube nicht. Warte, ich habe noch eine Idee. Bring mal die Kiste auch mit. Warte, wozu haben wir denn TNT bitte? Das ist jetzt nicht gut. Ich bin fast ganz oben. Hast du die Kiste nicht mitgenommen oder wie? Nee, wieso denn auch? Ach dann. Warum soll ich denn die Kiste abbauen? Ich habe den Inhalt der Kiste mit. Nein, den In... Haaa! Ja. Du hast gesagt, nimm auch die Kiste mit. Bla bla bla. Das war dein Haus? Ich habe eine Idee. Wir brauchen immer ein bisschen Holz. Wir müssen das Holzflüssen vermehren. Wir müssen mehr Holz haben? Ja. Und dann? Ja, wir brauchen immer ein bisschen Holz, weil wir haben hier nicht Holz. Moment, jetzt klingelt mein Handy. Wer auch immer das ist. Ich finde es mal kurz raus. Und dann? Ja. Der Early Boy telefoniert gerade. Deswegen schauen wir einfach mal, wie wir wieder nach oben kommen. Denn dieser Weg ist so bescheuert gebaut worden. Aber wir haben es nicht geschafft. Okay. Ich habe erfahren. Es gibt Essen. Oh, lecker, lecker. Reis. Wir haben noch eine Minute in dem Part. Warte, ist das noch? Oder ist er dann kalt? Early. Early, early. Ist er auf Kalt gegangen, Leute? Bewegt er sich gerade? Eiskalter. Eiskalter Hund, der Typ. Er bewegt sich nicht. Er ist einfach kalt essen gegangen. Ja, bin ich nicht. Bin ich nicht. Bin ich nicht. So. Du musst irgendwie den Rest des Baus haben. Pass auf, wir haben jetzt eine Idee. Wir haben noch 16 TNT. Wir haben erstmal den Part zu Ende. Ja. Aber pass auf, wir können in der nächsten Folge 16 das TNT nehmen. Und dann machen wir Boom. Und dann. Machen wir Boom. Und dann. Töten wir alle Monster. Und dann. Okay. Haben wir gewonnen. Aber. Erstmal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Oh ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut mal bei euch vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ich mach mal hier eine Pilzsuppe fertig für uns. So. Und dann sehen wir uns auch schon morgen um dieselbe Uhrzeit wieder. Bis dahin. Tschüss. Hallo. Tschüss.